Das schaffst du locker, Blaze! Ja! Juhu! Danke, Leute! Macht's gut! Offen! Zu! Aufgedreht im Nu! Ventile sind wie Tore, sie schließen alle Rohre. Geh sie auf, auf, auf! Es beginnt! Geh sie zu, zu, zu! Ganz geschwind! Ventile haben Einfluss! Auf die Menge, die durch sie durch muss! Geh sie auf, auf, auf! Und los geht's! Geh sie zu, zu, zu! Ja! Juhu! Fertig! Los! Ja! Motto an und auf geht's! Wir geben richtig Gas! Wir fahren richtig schnell! Das macht riesen Spaß! Los, komm! Los, komm! Volle Bulle an den Start! Macht mit! Macht mit! Gern mit Blaze kommst du in Fahrt! Uhuhu! Ja! Blaze gibt richtig Gas! Hey! Uhuhu! Mit Blaze macht's riesen Spaß! Gib Gas! Oh, ja! Perfekter Schuss! Ja! 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 Gut so! Gut gemacht! Sir Blaze! Ihr habt die Zugbrücke wieder runtergeklappt! Kommt mit, Ritter! Jetzt können wir alle weiterfahren! Auf zur goldenen Schwertrophäe! Ja! Ja! Diese Kraft haut alle vom Hocker! Potenzielle Energie! Halt sie zurück und dann lass locker! Potenzielle Energie! Durch Bewegung und mit viel Schwung geht's los! Habt ihr alle Lust auf was Neues? Dann geht's jetzt ab wie nie! Los, wir schwingen uns durch die Lüfte! Denn das ist potenzielle Energie! Wir können Wolken sehen, die aus Wassertropfen bestehen! Hier sieht ein jedes Kind, wie unterschiedlich Wolken sind! Wolken sind aus kleinen Wassertropfen in der Luft! Aus Grau, auf Weiß, wer hätt's gedacht? Aus Wassertropfen sind sie gemacht! Oh, 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 oh! Wolken sind aus kleinen Wassertropfen in der Luft! Regenwolke, Schäbchenwolke, aus Wassertropfen sind sie gemacht! Wow! Ich hab noch nie eine Rennstrecke gesehen, die so weit nach oben geht! Ja, sie führt über die Berge und direkt durch die Wolken! Das ist eine Himmelspiste. Kommt mit. Wenn wir die Himmelspiste nehmen, dann können wir auch Swoops Rotor einholen. Bereit? Und los! Jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Wir heben ab und haben viel Spaß. Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten. Und jetzt sind wir nichts noch zu halten. Wir geben Gas, auf geht's und los! Ja, wir heben ab, hier kommen wir. Auf geht's! Moment. Ich habe eine Idee. Wieso zum Hering kommt ihr Matrose nicht mit auf Schatzsuche? Wow, Alice. Wir dürfen mit auf die Schatzsuche gehen? Na klar. Alles, was wir tun müssen, ist nur dieser Karte folgen. Und schon gehört der Schatz uns, den wir dann teilen. Alles klar. Nichts wie los. Na dann, auf zur Schatzsuche. Wir fahren richtig schnell. Das macht riesen Spaß. Los, komm, los, komm, volle Bulle auf den Start. Mach mit! Mach mit! Mach mit! Mach mit! Mach mit! Denn mit Blaze kommst du in Fahrt. Uhuuhu! Uhuuhu! Ja, Blaze gibt richtig Gas. He! Uhuuhu! 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 Mit Blaze macht riesen Spaß. Gib Gas, gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Wuhuuhu! Uhuuhu! Uhuuhu! Und drei Dinge können sich schnell aktivieren. Und drei Dinge können sich schnell aktivieren. Uhuuhu! Hitze, Brenn und Sauerstoff, das braucht man für den großen Knall. Hitze, Brenn und Sauerstoff, denn dein Klapp ist auf jeden Fall. Die Zündkraft, die Zündkraft, Explosionen sind der Knaller, yeah! Oh, oh, oh! Uhuuhu! Bang, bang, bang! Uhuuhu! Die Zündkraft! Startet die Motoren, checkt die Stoßdämpfer und bleibt erst wieder stehen, wenn ihr am Adlerfelsen seid. Auf die Plätze, fertig und los! Juhu! 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 Rennwagen! Drückt aufs Gas! Los wir fahren, 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 ja das wird ein Spaß. Jeder fühlt sich gut, kommt, wir geben Gas. Singt es laut! Schaltet in den höchsten Gang. Das Abenteuer fängt an. Los, los! Die Fahrt unseres Lebens. Los, los! Die Fahrt unseres Lebens. Los, los! Die Fahrt unseres Lebens. Wir heben an. Das ist die Fahrt unseres Lebens. Hey, 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 hey! Fahrt unseres Lebens! Wow! Mann, bin ich froh, dass ich aus der Höhle raus bin. Wow! Ich auch. Und weiter geht's. Nutzen wir unsere Geschwindigkeit, um zum Adlerfelsen zu kommen und das Rennen zu gewinnen. Rennwagen! Drückt aufs Gas! Los, wir düsen durch die Gegend. Geschwindigkeit! Geschwindigkeit! Los, wir düsen durch die Gegend. Geschwindigkeit! Geschwindigkeit! Wollen wir schnell an unser Ziel, dann brauchen wir Geschwindigkeit. Links, rechts, hoch, hinab, egal wohin, wir sind bereit. Los, los, los! Vollgas, seid ihr schnell im Ziel. Geschwindigkeit macht uns agil. Ah! Geschwindigkeit! Geschwindigkeit! Los, wir düsen durch die Gegend. Geschwindigkeit! Geschwindigkeit! Los, wir düsen durch die Gegend. Denk doch mal nach, Crusher. Es ist wichtig, dass du Blaze hilfst, alle Geschenke wiederzufinden. Denn Weihnachten soll doch für jeden etwas Besonderes sein. Na, wenn sie's sagen... Dann komm, Crusher! Wir haben nicht viel Zeit, um die Geschenke zu finden. Juhu! Wartet auf mich! Viel Glück! Beant euch! Beant euch! Jetzt geht's los, nichts ist uns Fieber. Schaut nur zu, denn wir sind Sieger. Spannendes wird hier passiert, so lasst euch faszinieren. Es ist wieder nicht drin, so viele Geschenke, aber kein einziges ist für mich. Keine Angst, Crusher. Wir hören erst auf, wenn wir alle Geschenke gefunden haben. Und deins auch. Kommt mit! Folgt uns! Geschenk! Wo steckst du? Ich wär so gern ein Ingenieur. Erfinden macht mir Spaß. Denn dann bau ich mir ein Raketenschiff. Und fliege damit hoch zum Mars. Ich wär so gern ein Ingenieur zu Weihnacht. Dann bau ich all meine Geschenkideen. Oh, klein und groß, das wird famos. Das hat die Welt noch nie gesehen. Ich wär so gern ein Ingenieur zu Weihnacht. Dann sind Probleme schnell gelöst. Ja, leid, doch meinem Wunsch gehört denn. Ich wär so gern ein Ingenieur. Ja, leid, doch. Juhu! 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 Draußen liegt viel Schnee rum. Strahlend schön und hell. Ich kann's kaum erwarten. Weihnachtsmann mach schnell! Weihnachtsmann mach schnell! Bei den Monster Trucks ist Weihnacht. Alles leuchtet wie im Traum. Bei den Monster Trucks ist Weihnacht. Bloß wir schmücken jetzt den Weihnachtsbaum. Die Motoren heulen auf vor Freude. Ja, das wird famos. Bei den Monster Trucks ist Weihnacht. Schnallt euch an und dann geht's los. Bei den Monster Trucks ist Weihnacht. Schnallt euch an und dann geht's los. Und so kam es, dass mit Blaze als Schlitten der Weihnachtsmann die Weihnachtsgeschenke pünktlich verteilen konnte. Und als er am Horizont verschwand, könnte ich schwören, dass ich ihn sagen hörte. Fröhliche Weihnachten euch allen und allen ein. Gebt Speed! Hohoho! Hohoho! Da ist ja ein Saugroboter. Und er hat auch Crusher eingesaugt. Huck mich hier raus! Oh nein! Crusher braucht Hilfe! Jemand muss das Ding wieder abschalten und ihn retten. Komm mit, Picky. Gemeinsam können wir es schaffen. Ihr und ich? Gemeinsam? Oh Mann! Ich hab noch nie jemanden aus einem riesengroßen durchgedrehten Staubsauger gerettet. Aber ihr kennt ja das Sprechwort. Man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Also dann los! Folgen wir dem Saugroboter! Johohooo! Wow! Jetzt kann es losgehen! Jetzt kann es losgehen! Wir heben ab und haben viel Spaß! Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten! Und jetzt sind wir nichts aufzuhalten! Wir geben Gas, auf geht's und los! Ja, wir heben an, hier kommen wir. Auf geht's! Spring mal drauf, Päcki. Es dehnt sich aus und federt auch wieder zurück. Juhu! Ich hab's geschafft. Hey Jungs, das Gummitrampolin funktioniert prima. Es ist echt super duper elastisch, Jungs. Jetzt sind wir dran. Hurra! Wir haben's geschafft. Gut gemacht, Päcki. Danke, Blaze. Weißt du, ich hab noch nie zuvor ein Trampolin gebaut, auf dem ich dann aus einem unterirdischen Loch hüpfen konnte. Aber man weiß erst, ob man etwas kann, wenn man es versucht hat. Seht mal, da läuft der Saugroboter. Kommt mit, wir müssen dieses Ding abschalten und Crusher retten. Hab keine Angst, Crusher. Wir kommen! Das nennt man elastisch. Spannung wird gebraucht. Los, komm und drück. Das nennt man elastisch. Lässt uns wieder los, springt es zurück. Du kannst hüpfen auf dem Trampolin. Ja, weil es sehr elastisch ist. Spann. Spann. Ein Gummiband. Es springt zurück. Das hast du gut erkannt. Zu. Roll. In seinem Ursprungsbruch. Das nennt man elastisch. Spannung wird gebraucht. Los, komm und drück. Das nennt man elastisch. Lässt uns wieder los, springt es zurück. Läs, AJ. Sechs Freunde in Schwierigkeiten. Keine Sorge, Zack. AJ und ich können dir helfen, deine Freunde zu retten. Stimmt's, AJ? Und auf! Haltet durch, Dinosaurier! Zack, rettet euch! Jetzt kann es losgehen, jetzt kann es losgehen. Wir heben ab und haben viel Spaß. Und jetzt wollen wir den Gang hochschalten. Und jetzt sind wir nichts aufzuhalten. Wir geben Gas, auf geht's und los. Ja, wir heben ab. Hier kommen wir. Auf geht's! Ja, wir haben es geschafft. Dank unserer Kettenreaktion. Zack, so frohe Freunde in Sicherheit. Okay, Dinosaurier. Ihr fahrt zurück zur Parade. Blaze und AJ helfen, Zack, die anderen Dino-Freunde zu finden. Dann mal los, Zack. Da entlang. Ja! Ketten, 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 Reaktion. Die Energie von einer Bewegung erzeugt beim nächsten erneute Regung. Dann kommt was Neues plötzlich ins Rollen. Und so geht's immer weiter, weiter und weiter und weiter. Ketten, Ketten, Reaktion. So wie Dominosteine aneinander fallen. Das heißt Ketten, Ketten, Reaktion. Und alle Steine zum Boden fallen. Stößt du etwas an, dann geht es los. Selbst kleinste Dinge werden so plötzlich groß. Der Wind ist an Fahrt, geht's richtig schab. Und eines führt dann zum anderen. Das heißt Ketten, Ketten, Reaktion. Dann fahren wir am besten mit Turbo-Speed, damit wir super schnell dort sind. Damit ich Turbo-Schnell werde, ruft! Geeeep Speed! Geeeep Speed! Juhu! Los, wir fahren, 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 ja, das wird ein Spaß. Jeder fühlt sich gut, komm, wir geben Gas. Singt es laut! Schaltet in den höchsten Gang. Das Abenteuer fängt an. Los, los, die Fahrt unseres Lebens. Los, los, die Fahrt unseres Lebens. Los, los, wir heben ab. Das ist die Fahrt unseres Lebens. Helm, 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 helm. Fahrt unseres Lebens. Feuerwehrtruck Blaze ist schon unterwegs. Aber jetzt schnell weiter. Ja, wir müssen ja noch ein Feuer löschen. Ja! Das, was Dinge ausfüllt, nennt man Volumen. Das, was Dinge ausfüllt, nennt man Volumen. Wasser in nem Glas, ja, das nennt man Volumen. Auch die Luft, die in den Reißen kann Volumen. Nimm die Länge, mal der Höhe, mal der Breite. Das ist Volumen, Volumen, das, was Dinge ausfüllt, nennt man Volumen. Das, was Dinge ausfüllt, nennt man Volumen. Rastfleck, da ist das Feuer. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Helft mir, den Turbospeed zu aktivieren, damit wir superschnell bei den Feuerwehrtrucks sind. Damit ich Turbos schnell fahren kann, ruft Keep Speed! Keep Speed! Haltet durch, Feuerwehrtrucks! Gleich sind wir bei euch! Der Anruf kommt. Die Not ist groß. Die Zeit ist knapp. Wir düsen los. Wir meistern das. Mit Leichtigkeit. Ob Tag, ob Nacht. Wir sind stets bereit. Wir düsen los, düsen los. Hilfe ist gleich da. Wir düsen los, düsen los. Hey, das ist doch klar. Der Notfall ist riesig und das ist kein Witz. Ja, wir eilen zu Hilfe, so schnell wie der Blitz. Wir düsen los, düsen los. Oh, 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 ja. Wir düsen los, düsen los. Oh, 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 ja. Wir düsen los. Klasse. Wow. Fahr zur Seite, Männer, damit Blaze das Feuer löschen kann. Fang an, Blaze. Du schaffst das. Und, bereit, AJ? Bereit. Los geht's. Löschen wir dieses Feuer. Du schaffst das, Blaze. Du schaffst das. Leiter ausfahren. Schlauch aufdrehen. Wir düsen los, düsen los. Hilfe ist gleich da. Wir düsen los, düsen los. Hey, das ist doch klar. Der Notfall ist riesig und das ist kein Witz. Ja, wir eilen zu Hilfe, so schnell wie der Blitz. Wir düsen los, düsen los. Oh, 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 ja. Wir düsen los, düsen los. Oh, 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 ja. Wir düsen los. Oh, 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 ja. Wir haben's geschafft, Blaze. Wir haben die Brücke gerettet. Hurra. Sehr gut. Der Brand ist gelöscht. Oh, je. Crusher hat die Arena verlassen. Oh, nein. Crusher ist in großen Schwierigkeiten. Wir müssen diese Raketenski aufhalten und ihn schnell retten. Wartet auf mich, Jungs. Umi? So ist es. Und wenn mein Crushy Probleme hat, muss ich doch helfen, ihn zu retten. Halt durch, Crushy. Omilein, kommt schon rum. Los, schnell hier nach. Los, wir fahren, fahren, fahren. Ja, das wird ein Spaß. Jeder fühlt sich gut. Kommt, wir geben Gas. Singt es laut. Schaltet in den höchsten Gang. Das Abenteuer fängt an. Los, los. Die Fahrt unseres Lebens. Los, los. Die Fahrt unseres Lebens. Los, los. Wir heben ab. Das ist die Fahrt unseres Lebens. Hey, 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 hey. Fahrt unseres Lebens. Mein armer Crusher. Er sitzt echt in der Patsche. Keine Sorge, Omi. Wir halten die Raketenski schon an. Ja. Wir müssen nur weitersuchen und was finden, was genug Reisfestigkeit hat. Na dann weiter, Jungs. Suchen wir was. Reisfestigkeit. Uh-uh-uh. Tief bis es reißt. Uh-uh-uh. Hast du Zauzin schon mal ausprobiert? Mit ner langen Spaghetti. Denn wenn du mit voller Kraft dranziehst, dann reißt sie wohl in Stücke wie Konfetti. Reisfestigkeit. Uh-uh-uh. Tief bis es reißt. Uh-uh-uh. Lang gezogen und gedäht. Wie viel Spannung hält es aus. Reisfestigkeit. Uh-uh-uh. Tief bis es reißt. Uh-uh-uh-uh. Ist es gleich schon kaputt? Wie viel Spannung hält es aus. Reisfestigkeit.